Jessica Haller ist ja eine richtige Vollblut-Mama und ihre Kleine sollte jetzt langsam so in die Kita gehen. Fand die Kleine nicht so gut und dadurch hat Mama gesagt, oh Schatz, bleib bei mir. Und deswegen kann die Kleine jetzt doch länger zu Hause bleiben. Die Kleine heißt übrigens Hailey Sue. Ja, und Hailey Sue ist so pfiffig, weil die denkt sich jetzt so, ich krieg alles, was ich will.